Wie lange hat das gedauert, um Anwalt zu werden? Das dauert lange. Bei mir hat es gedauert. Acht Jahre, du studierst, dann zwei Jahre Referendariat, dann schreibst du die Staatsexamen, die ich habe beide nochmal verbessert. Ist das das Staatsexamen, wo man das nur einmal machen darf und dann nie wieder? Ja, nein. Wenn das Staatsexamen in die Hose geht, zweimal, oder wenn du den Freistoß machst, dreimal, dann war es das mit der Juristikarriere. Ja, aber was machst du dann? Du hast ja jahrelang dafür studiert. Plan W, man muss ja irgendwie was anderes machen. In welcher Not hast du abgeschlossen? Wir Juristen reden da nicht drüber. Echt? Also bei uns ist zum Beispiel, wenn du eine Eins hast, bist du wie Gott im Grunde. Eine Zwei ist, bist du unglaublich. Also dann bist du einer der Top-Leute überhaupt in deinem Jahrgang im ganzen Bundesland. Und mit einer Drei-Plus hast du schon Prädikatsexamen. Also mit einer Drei-Plus kannst du schon richtig viel Geld verdienen, in der Großkanzlei arbeiten hinterher, wo teilweise die Gehälter bei 120.000 Euro aufwärts liegen, wenn du da anfängst. Ja, war ganz in Ordnung bei mir. Sag. Sagst du nachher? Nein, vielleicht gucken wir mal. Dann können wir einblenden. Dann blenden wir ein.